Das ist sehr spannend. Ja. Ich habe ein Problem. Es geht gut, du kannst dich so kurz miterlegen, dann kannst du vielleicht so kurz... Runden drauf, bis es kommt. Jetzt gehst du noch mal dahinter. Und zwar, du kannst dich da auch irgendwie auf die Teile raufstellen. Also, du wachst dich auch mit der Hände. Das war's. Vielen Dank.